sehr gut ich habe erst mal 600 gb bei mir frei geschaufelt auf dem rechner das ist schön herrlich weil hier gleich runter so aber ich muss mal noch mal ein bisschen lauter machen weil noch zu leise sehr schön und irgendwas haben sie noch am audiosystem geändert habe ich gehört gehört gelesen vor ja mit dem bossen ja und auch irgendwas mit gab so leute die irgendwie an tinnitus erkrankt sind und jetzt haben sie das so eingestellt dass das ordentlich so belastet oder so was meine übersetzungs künste jetzt ist weg sehr gut dann gehen wir hier mal rein naja tür auf und nein muss er denn jetzt hier hat er hat mir echt einen verpasst ach du scheiße ja ich habe ja auch nur noch charakter mit einem balken das ist natürlich richtig scheiße ach du scheiße richtig geil das wird dann richtig gute runde ja so der darfst ja wirklich gar keinen treffer mehr abkriegen nee dann weiß ich schon nicht ich gehe schon mal gehen ausgang und du rennst alleine ich schwenke die weiße fahne wenn wer kommt aber man hört kein ballern also vielleicht sind wir ganz alleine auf dem server das kann sein ja ich habe vorhin auch noch gelesen dass sie den server irgendwie auch noch mal neu starten oder so ich kann aber sein dass es vorhin schon gemacht haben hier so schräg rüber ich höre schon wieder irgendwelche oder wer geballert oh ja ich muss mir nach dem spiel doch mein sound ein bisschen lauter stellen bei mir ist ja auch leiser also ich habe eben auch laut dargestellt vielleicht haben wir echt am soundsystem noch das ist ganz viel munition sehr gut ich wäre schon wieder vorbeigelaufen ja ich brauche definitiv welche machte ich weg zum wie jawohl jetzt bin ich voll kann es sein dass da schon wieder irgendwie mordla rumzündelt ich schade doch nicht ich dachte ich hätte irgendwas gehört auch ich spreng den mal weg ja gleich mal testen also hat gereicht wie wir blutet ist ja noch einer okay wenn da noch einer als den nämlich dann jawohl super das ist doch gute arbeit wo ist jetzt hier der hinweis oben also ich habe nur noch blau gesehen nimmt ja da ist ja der hinweis aber das ist aber schön das war ein schöner hinweis jetzt gehen wir hier runter und diesmal gibt es auch nur die spinne das heißt wir werden wieder schnell auf gegner treffen ja ich habe es gerade ausgesprochen weißt du von wo von rechts hinter mir ach da ja genau alter der ist nicht schlecht ja ja der hat ganz gut abgedrückt hä wo ist er denn ich glaube ich ach da ach mit dieser waffe wird das nichts glaube ich ja ich wusste es wir haben auch alle zielwasser getrunken ja wir haben auch alle zielwasser getrunken